hallo und willkommen zurück zu einer neuen verzweifelten folge von lord of the polen ja es ist gerade eine idee gekommen und zwar habe ich ja hier auch splitter hier und da mal so ein paar splitter eingefangen geistrufsplitter was macht er denn was soll die gespeicherte ip zu gesundheit feuerwiderstand habe ich 15 stück magie später energiesplitter attribute splitter 0 ok magie widerstand später blitzwiderstand da nur vier von zauber punkt splitter gift widerstand splitter könnte man mal benutzen wie wichtig denn eigentlich ich habe die möglichkeit die aktive splitter und dann gehe ich wieder raus da ändere ich die siegens 10 10 10 11 12 23 23 24 Ah, glaube ich. Feuerwiderstand. Blitzwiderstand. Das geht so in die Hose. Das weiß ich jetzt schon. Aber es ist eine Option. Versuchen wir es. Davon habe ich immerhin 15 Stück. Das ist schon einiges wert, denke ich mal. So, ich betrete die Arena. Ich habe auch keine Ahnung, wer mein erster Gegner sein wird. Ob es der Feuerjogi sein wird oder ob es... Na, jetzt wird der Blitzjogi sein. Untertitelung. So jetzt geht es um die Wurst. So jetzt geht es um die Wurst. Ich versuche mal gleich was ganz anderes Also viel gebracht hat mir der Feuerschlitter jetzt eigentlich auch nicht Ja, weil ich soll Schaden austeilen Und das werde ich jetzt wohl tun Jetzt noch keine Ahnung wie Wann, warum, weshalb, wieso Aber Feueramt-Typ ist da Trotzdem raus aus dem Feuer Kein Scheiß hier Nein, 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 nein Ah, ich bin tot Okay Ich bin fast auf dem richtigen Weg, glaube ich Gut, ich glaube dann mache ich lieber kleinen Schläger Auch wenn es länger dauert Ich muss nur aufpassen Ich muss nur aufpassen 13, ich kriege sie nicht zurück Was kriege ich das denn? Kriege ich jetzt auch noch unter Zeitdruck Und kriege ich ja nichts zurück Nee Die Splitter nicht zurück Bin ich auch noch unter Zeitdruck, oder was? Das ist ja doof Das ist ja massivst doof Das ist ja вот Das ist ja so Das war's für heute. Ich werde erst den Feuerbruder erledigen. Vorhin sollte ich rechtzeitig Tränke einnehmen. Ich gehe zu viel. Das ist so schwer. Das ist so schwer, ist das? Das ist so schwer. Das ist so schwer. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Jetzt habe ich auch noch geruckelt. Das noch. Mann, Mann, Mann. Bloß alle aus dem Weg. Der Feuerbruder ist geliebt. Der Feuerbruder ist geliebt. er geht geht er steht er steht ja sehr schön hat hinten war schlau gemacht alter hält keine ahnung mehr was ich machen soll ich habe echt keine ahnung mehr was ich machen soll das bringt alles nichts das problem ist das bringt alles nicht ich kann nichts groß ändern keine ahnung so 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 das ist das ewige treten von harkin das geht mir sowieso auf die eier so weg ist er und ich sollte mich hier verpieseln ja ich sollte mich hier verpieseln ich weiß es echt nicht ich habe keine ahnung ich bin so überfragt okay diesmal ist das blitz mit dem ich mich anlegen muss okay so 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 jetzt ist es gleich weg der bringt mir nichts da raus da raus da was so 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 um die bus um die bus ich habe keine ahnung wie die besiegen soll ich weiß es nicht wenn ich jetzt einmal eine splitter verballe habe ich das problem dass ich dann nachher keine mehr habe es 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 Das war's. Man sollte mir eigentlich eigentlich Blitz überbehalten. Nicht Feuer. Jetzt schießt doch, du scheiß Teil. Meine Herren Gesangsverein. Ist das ätzend. Mann! Die Zeit, dass du einen Abgang machst, Kollege. Die will ich auch nicht zuerst besiegen. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Ich bin am Verzweifeln. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt so groß sagen soll. Ja, alles doof, ne? Tja. Ich mache es einfach mal jetzt hier relativ kurz und schmerzlos. Ja, die Folge ist vorbei. Wir sind immer noch am Status item. Also es hat sich an der ganzen Situation nichts verändert. Wir bekämpfen immer noch die beiden Gebrüder und wissen nicht, wie es weitergeht. Ja. Vielleicht finden wir einen Weg in der nächsten Folge. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.